Hallo Freunde, könntest du bei den Fluten? Boss, könntest du meine Freunde? Ach, verpackt aus. Wenn der Sushido nicht verdammt hätte, hätte man nur else nicht gefressen. Ja, verdammt, das wissen wir alle. Du warst einfach der Rücken, Digga. Dank dir konnte Sushido seine große Fresse aufreißen und jeden dissen können. Aber es ist echt armsinnig, wie der echt drauf ist, verdammt nochmal. Am Telefon drohen und wenn er dann ins Café kommt und Sushido vor sich hat, dann ist er kleinlaut mit Hohen, mal ganz klein. Na, Sushido? Das ist wohl das Ego-Problem. Sich hinter fetten Rücken verstecken. Die große Fresse haben, jeden Dissen einen auf Hardcore Gangster machen, obwohl man eigentlich nur ein Schauspieler-Sony-Wack-Polizei-Schutzspieler ist und nie Gangster-Sachen gemacht hat. Kein Coca-GT, kein Gras gemacht. Kredibilität von einer Mausdigger, nicht mal selbst ein Bahnhofspenner als Kittelbieler in dem, was er macht als Tuch, verdammt nochmal. Einfach nur Schauspieler-Rap, Mann. Araf hat er den Rücken gerettet. Anstatt dankbar zu sein, einfach ging es nitschen. Ehrenlos des Todes, meine Freunde. Mr. Sonny Snitch, ha? Okay, meine Freunde, das war's für mein Boss. Abonnieren und Like nicht vergessen, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde.